herzlich willkommen meine lieben freunde da sind wir wieder bei kasselmeiner set die folge 12 wir haben heute freitag die kasselmeiner set wochen neigen sich so langsam aber sicher dem ende zu haben wir denn jetzt wie war das jetzt hatten wir jetzt redstone zeugens ja hatten wir mal gucken ob wir jetzt hier so eine redstone spitzhacke machen können brauchen dafür ja was brauche ich dafür ja 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 hier ist drei diamanten brauchen wir dafür haben wir so viel diamanten nein wir haben nur ein diamanten gut da müssen wir noch einen diamanten holen. Das heißt doch nicht, ups, doch nicht nach oben, sondern eher nach unten. Äh, hier lang. Juhu. Mir komme. Mir komme. Wo ist mein Maschinengewehr? Oh, hallo. Rabatz. Oh, er hat ein Gold gedroppt. Guck mal, jetzt können wir doch hier. Super. Es geht zu schnell hier. Zack. Klasse. I am sehr zufrieden. Was haben wir denn da noch? Kupa? Kupa, nehmen wir mit. Hier war auch noch Kupa drin. Kupa. Ah, ich habe ja jetzt Lust, hier ein bisschen dem Tod auf die Finger zu schauen. Nein. Wo muss ich denn lang jetzt? Hier. So, wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich bring euch alle um. Ihr Monster. Ihr Verfluch... Hier, ein Haufen Kohle, ey. Alter. Hier. Haha. Ich komme. Ich komme. Ich suche Diamanten. Tag, schön. Kupa. Kupa, Kupa, Kupa. Äh? Ey, Leute. Da macht man doch nicht irre, ey. Wo war denn das? Wo war denn das? Ich gehöre schon die Tropf... Die Tropfsteinhöhle tropfen. Okay, baby. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, da, da. Oh, 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 oh. Okay, Baby. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wollt, dass die Folge hier weitergeht, Kaselmeiner Set. Ich hatte ja jetzt schon Kommentare. Also einer wollte, dass ich mal wieder eine DayZ-Folge mache. Ein anderer hat sich schon auf Minecraft gefreut, dass ich das wieder mache. Aber viel mehr so von, was hier, Let's Play-mäßig. Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr Bock habt. Was wollt ihr denn so gerne sehen? Wollt ihr mal was Neues sehen? Oder wollt ihr, oh, ja, 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 ja. Ah. Mann, ich will jetzt in die Blutsteinhöhle hier. Wo ist die? Wo ist die Blutsteinhöhle, meine lieben Freunde? Ich habe jetzt einen Trick. Ah, hier? Ne, hier war ich auch eben schon. Ich habe jetzt einen Trick, fällt mir gerade auf. Wenn ich die Musik im Kopfhörer lauter mache, als ich das Gefühl gewöhnlich mache, dann muss ich auch lauter sprechen. Ja, warte. Oh, 244. Okay, wir haben aber, glaube ich, so viele Steine. Wir können uns hier ohne Ende... Gut, was jetzt natürlich Quatsch ist, ich laufe, glaube ich, im Kreis. Ich laufe, glaube ich, im Kreis. Mann, 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 Mann. Mann, Scheiße. Ach. Ah, guck mal, da oben war ich noch nicht, oder? Bababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab lang jetzt rumirren, oder was? Das kommt mir alles zu be... Nein! Vielleicht sollte ich mal nachladen. Klackadiback. Haha, da war ich noch nicht. Hauptsache, da ist keiner hinter uns. Dann werden wir uns mal hier durchömmeln. Haha. Es gibt ja so viele schöne Spiele. Ich habe jetzt auf meiner Wunschliste bei Steam... Ach Gott, guck mal, was ist denn das? Habt ihr das gesehen? Voll die Horror-Gegend da unten. Da wollen wir mal runter. Vielleicht gibt es da Diamanten. Ohohohoho. Voll die Schreie. Und mal hoffen, dass die nicht so hoch springen können wie wir. Haha. Wie ich. Nicht wie wir. Wie ich. Lass uns doch ruhig mal ein bisschen übermütig hier werden. Na? Oh, es hört sich aber echt an, als wenn wir nahe in der Hölle sind. Sind wir aber nicht. Nein, das ist nur eine ex-beliebige Höhle mit ein paar Ressourcen. Wo ist der alte Klapper, Fred? Ich höre ihn hier mal klappern. Er kommt aber nicht. Jaworski. Ich kriege jedes Mal eine Gänsehaut hier bei den Kumpels. Ich suche Diamanten. 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 Gib mir Diamanten. Gib mir Diamanten. Gib mir Diamanten. Und da kommt schon wieder einer, oder? Oh, die Schreie verdichten sich. Die Schreie verdichten sich. Vielleicht sollten wir mal hier eine andere Richtung suchen. Da runter. Ja. Juhu. Juhu. Oh. Da. Nein. Oh. 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 Und es war da irgendwie ein anderer, glaube ich. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut im Kopfhörer. Der sah ein bisschen anders aus. Vielleicht war der ja stärker. Bei der Musik hier, äh, puh. Action, 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 Action. Wenn ihr richtig Bock habt auf Action und rumballern und trotzdem so ein Minecraft-Feeling haben wollt, kann ich das Spiel nur empfehlen. Zumal für den Preis hier für 5 Euro. Echt geil. da werden wir mal hoch und zwar hocharbeiten nein 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 wechseln 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 und wo ist er denn da war doch eben heute ihr habt es gesehen da war ein skelett sie runtergefallen oder ist er wieder abgehauen hier will ich mal hoch wobei da sind bestimmt keine diamanten das viel zu hoch wo bin ich jetzt gelandet schnell weg guck mal voll die höhle hallo ist jemand ist jemand ist hier jemand irgend jemand skelett förmiges mache ich baller baller und du knaller knaller und dann sind wir alle töte 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 die skelette sind töte wo ist er raus aus der grübe bin ich hier so hochgeklettert hier ist gar nichts aua 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 tu dir nicht verletzen tu dir nicht verletzen lass dich doch nicht hetzen mit skelette auf der dingsbums dings 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 da hoch aber hoch ist glaube ich dämlich wenn man diamanten suchen du 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 guck mal hier aha wo sind wir denn hier schon wieder so eine höhle ist immer geil wenn die fackel reingepinnt wird das geräusch auch sehr kraftvoll meine fackeln sind alle oh gut was mache ich denn jetzt ohne fackeln gut nehmen wir ein bisschen eisen mit langsam werde ich wieder übermütig da habe ich eingesehen komm her die verschwinden manchmal wieder aber voll mit anlauf was war das denn habt ihr das auch gehört das war hier drin ich habe aber keine fackeln mehr ich habe ja noch holz dabei ich könnte mir noch fackeln kräften kräfte uns ne oh alter die schreie wer ist denn das was ist denn das was ist denn das was war denn das habt ihr das gehört ich will das nehmen nein nein boah alter wer ist denn das wer ist denn da im gebelg wer kratzt denn da am gebelg wer kratzt denn da am gebelg ist es der golem von bux der hude oder ist es nur ein skelett der golem von bux der hude aber diese monster schreie und da ist keiner das finde ich ein bisschen komisch man hört diese unglaublich gruseligen schreie aber da ist keiner 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 ah ja mit sechs schuss schuss aus dem maschinengewehr habe ich das geld letztendlich gedötet oh was haben wir hier oben nach unglaublich anstrengenden strapazen haben wir am 23 august 1843 die nordküste von kalifornien erreicht hinter uns die skelette und vor uns der monsoon ah ja nur ein stück holz ach daher habe ich das holz weil die das droppen natürlich auch cool wenn die holz droppen die munition geht auch langsam dem ende zu hüpf ba 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 nachdem wir uns in der höhle um nachdem wir uns in der höhle um geschaut hatten ist draußen tag oder vollmond tag draußen ist tag da machen wir uns ein quark wir gehen einfach raus denn es ist tag da sind wir gut drauf juhu ich weiß noch gar nicht wo ich weiß noch gar nicht wo äh was war das denn wozu ich sand überhaupt brauche ich weiß noch nicht wozu ich sand brauche vielleicht sollten wir mal mit der höhle äh mit dem mit der festung anfangen wofür auch immer ich bin der herrscher der welt wo seid ihr kommt raus aus euren lächern niedriges gewirrn nachdem wir uns drei tage richtung westen bewegt hatten sollen wir den turm wie eine spitze nadelspitze spitzte er den himmel an und dort war unser hauptquartier punkt hier wollten wir unsere festung erbauen genau äh kann man eigentlich irgendwelche steine craften ich glaube nicht also wisst ihr so festungsmauersteine dingsbums kann man glaube ich nicht machen da 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 ba 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 guck mal eh noch an guck mal eh noch an guck mal eh noch an du 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 willst du machen wir die höhle gleich mal ein bisschen größer nicht dass wir hier nachher noch in die falschen eingang reingehen können wir später nochmal verändern waren wir da eigentlich schon mal drin juhu aua neeeeeeen fällt mir gerade ein hier gibt es doch eine chance dass ich hier diamanten finde hier gibt es doch bestimmt irgendwas gibt es hier irgendwas dann gibt es mal schnell her ich gehe jetzt da runter bitte sehr hier und jetzt gehe ich noch tiefer habe ziemlich wenig muni und da kommt schon ein skeletti radatz 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 jetzt kriege ich ja ein bisschen angst hier gold gold jeder angst geht weg wenn ich gold sehe und da kommt schon wieder einer da kommt schon wieder einer oder auch nicht was ist das eine fackel da muss ich wieder hoch hier bin ich runter gesprungen ich baue mir eine treppe dann komme ich wieder hoch ich baue mir eine treppe dann komme ich wieder hoch dann springe ich einfach hoch und bin gleich wieder oben und kein skelett kann mich einholen so sehr schön jäh ich bin wieder zu hause ich bin wieder zu hause was für eine freude dass ich mal jemals wieder nach hause komme hätte ich ohne gedacht eh okay okay dann müssen wir uns mal für die nächste folge neue munition craften und dann gehen wir gehen mal kurz runter in unsere behausung gucken mal kurz zack gucken mal ganz kurz ob wir uns irgendwelche einrichtungsgegenstände noch craften können erstmal können wir ja hier das zeug hier erstmal rein natur was wir erbeutet haben so und so und gold und kohle so kann man die eigentlich reparieren miteinander kombinieren geht das? Nö. Gut. So. Mal gucken. Hatte ich ja schon mal geguckt. Man kann halt die verschiedensten Klumpen bauen. Wahrscheinlich als Schutz vor Drachen. Aber, äh, hallo Leute. Hier, Diamantklops. Diamantwand. Zwei starke Mauern hindert einige Monster am Graben. Leute. Oh, man kann nicht alle... Oh, es gibt keine Wand, die alle Monster abhält. Das ist ja Hammer, ey. Das ist ja Hammer. Gott sei Dank, dass wir hier im leichten Modus spielen. So Gewehre ohne Ende, supergeile Waffen, aber noch nicht mal ein Fenster, gut eine Tür gibt's. Das ist natürlich schick. Jetzt haben wir hier noch für einen Klotz eine Kupferwand. Haben wir hier die schicke... Können wir eigentlich hier so eine schicke... Was brauchen wir denn dafür? Ah, dafür brauchen wir Sand. Sand, Eisen und Kohle. Na, wollen wir mal schnell so ein... Aua. Wollen wir mal schnell so ein Fenster craften? Eisen, Sand und Kohle. Wah? Habe ich doch richtig verstanden, oder? Eisensand und Kohle. Eisensand und Kohle. Guck mal, jetzt haben wir acht Fenster gecraftet. Oh, zwölf Fenster. Äh, zwölf solche tollen... Warte mal. Wollen wir die gleich mal ausprobieren? Klabatsch. Klatsch. Uh, ups. Sieht doch cool aus, oder? Da, sieht cool aus. Komm, wir machen hier noch einen. Die hindern... Da war jetzt ein Loch nach oben. Hoffentlich schlagen die sich nicht hier durch. Ah, okay, gut. Jetzt haben wir hier so eine schöne Lampen noch. Was können wir uns denn noch craften? Was können wir uns denn noch craften? Ah, Munition will ich haben. Okay, zufälligerweise hatte ich so viel Zeug, dass ich hier so voll die Messinghäuse machen kann. Und will ich noch Kugeln haben? Da brauche ich, glaube ich, hoffenweise Steine für. Komm, ich mache mir Kugeln. 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 Ist es hier auch ein Messinggehäuse, sag mal? Jetzt sind die lauter. Irgendwie sind die lauter, die Monster durch die... Ah, Kugeln. Eins, zwei, drei, vier. 467 Kugeln. Alter. aber mein maschine wäre es auch bald abgenutzt vielleicht sollten wir mal das andere abgenutzte dann mal mit mit rum tragen nax haben wir ja noch so gut meine lieben freunde das war es erst mal wieder mit diesen grausamen monster schreien im hintergrund verabschieden wir uns morgen gibt es dann die vorletzte folge castle meiner set vorerst aber ich glaube ich werde da ab und zu mal eine folge drehen es lässt mir keine ruhe die kloppen da oben schon wieder an der tür ich glaube da müssen wir mal tacheles reden da ist er doch oder sagai sorry ich muss erst mal durchladen ja mit so namen mit so maschinengewehr ist man natürlich in einem ganz anderen stand da hat man natürlich ein ganz anderes selbstbewusstsein sauhts klavuts ok ahhh ey es denn so ward hier na komm ist er wieder weg die spawnen hin und her, wie sie wollen wie sie wollen hoffentlich ist er jetzt hier nicht durch meine zur Tür durch ne, nicht wirklich, ok meine lieben Freunde, wir sehen uns dann morgen wieder auf Wiedersehen und danke fürs Zuschauen bis zur nächsten Folge UFO Mann kommt aus dem All mit einem Knall und die Monster kratzen am Wall Tschüss